Hallo zusammen, ich bin Harwin und das ist Michel. Wir zeigen dir, was du bei meinem kaufmännischen Bereich bei der Kreditreform erwarten wirst. Komm mit! Ich bin eine offene Person, die gerne verschiedene Sprachen spricht und durch den Kundenkontakt kann ich meine Interessen und Leidenschaften verfolgen. Am Morgen checke ich erst meine E-Mails und Nachrichten ab, um wichtige Kundenanfragen schnell zu bearbeiten. Nachher widme ich mich an meine Tagesaufgaben wie Erledigung der Post, Beschaffung von Büromaterial und Vorbereitung von verschiedenen Verkaufsunterlagen. Wenn du bei der Kreditreform Grundausbildung startest, wirst du schnell aufgenommen, selbstständig und übernimmst schnell Verantwortung. Während unserer Grundausbildung haben wir Lernende die Möglichkeit, in verschiedenen Standorten und Abteilungen einen Einblick zu bekommen und so unser breites Fachwissen zu vertiefen. Mir gefällt, dass bei der Kreditreform eine Du-Kultur herrscht, egal ob Mitarbeiter oder CEO. Als Lernende wird man stets unterstützt und das Wissen wird geprägt. Wenn dich während deiner Grundausbildung beweisen, besteht die Möglichkeit, bei uns zu bleiben und deine Karriere in deine gewünschte Fachrichtung zu steuern. Wow, Michel, es ist 5 Uhr. Jetzt mal mal 4 Uhr. Oh ja, stimmt. Wenn dir der Einblick bei uns bei der Kreditreform gefallen hat, dann erwebt dich jetzt bei uns.